Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Jusos Leipzig solidarisieren sich mit der Linksextremschlägerin Lina E. Die Jusos fordern die Abschaffung des Verfassungsschutzes wegen der Einstufung von Ende Gelände als linksextremistisch. Frau Faeser schreibt einen Gastbreitag im Antifa-Magazin der VVNBWA, der größten linksextremistisch beeinflussten Organisation im Bereich Antifaschismus. SPD-Vorsitzende Esten zählt sich zur Antifa. Die Jusos solidarisieren sich mit der linksextremistischen Roten Hilfe. Jusos kritisieren das Verbot von links unten, Punkt in die Media, die zu Gewalt aufrufen. Weil lieber Herr Bakum, Sie können sich Ihrer arrogante und herablassende Art gerne hinter den Spiegel stecken und bei denselbigen schauen, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Sie haben in Ihrem Laden genug zu tun. Danke.